Ja, ich möchte euch ganz herzlich einladen auf den Marienhof zur Koppel- und Pflanzaktion. Am letzten Märzwochenende geht es richtig los. Der Frühling ist da und deshalb wollen wir ungefähr so 200 bis 300 Meter Hecke pflanzen. Da gibt es echt was zu tun. Wir wollen Tornen abmachen, wir wollen die Koppelfosten abreißen und auch neue Koppeln anlegen, den Reitplatz renovieren. Also, es wäre toll, ihr werdet dabei, kommt, meldet euch an auf den Marienhof zur Pflanzaktion.